Also ich wünsche euch einen guten Morgen und grüße euch ganz herzlich zu dem Projekttag mit allen Aufsehen und anderen Faschenkostikings. Grüß dich wohl! Ein ganz kurzer Ausschuss zum Thema Freikling. Danke kurz, ich stelle euch, keine Angst. Also es gibt die Merle-Fasche und die Eingehen-Fasche. Auf das Thema bin ich gekommen, weil ich mich zu dieser Zeit, als die Idee allgemein entstand, gerade mit diesem Thema beschäftigt habe. Ich habe zum Beispiel auch den Film gesehen schon, von Larry Stewie, dem Film Wüstenblume und auch von dem Buch gehört und allgemein recherchiert im Internet und so weiter. Also primär will ich eigentlich erreichen, nicht unbedingt, dass jetzt viel Geld zusammenkommt oder dass man jetzt eine Organisation unterstützen kann, sondern viel wichtiger ist mir, dass man eben auf den Missstand in dieser Zeit aufmerksam macht und dass es einem nicht egal ist und dass man auch nicht wegschaut, sondern sagt, auch ich kann was tun mit der ganzen Bananen wie der Pfannenflasche, ich kann helfen, ich kann was verändern und das ist mir ein Anliegen. Also ich hoffe, dass auch andere Schüler und Schüler Interesse haben und zum Beispiel auch dieses Projekt vom Prinzip her übernehmen oder selbst aktiv werden und deshalb werde ich auch um nicht viel Öffentlichkeitsarbeit kümmern, Artikel schreiben, Zeitschriften und hoffe, dass eben viele Menschen von dem Projekt erfahren und von dem Thema Allgemeinen und nicht länger wegschauen, sondern auch selbst inspiriert werden oder motiviert werden, was zu tun und was zu verändern. Ja, ich fand es sehr interessant, vor allem, weil man wusste immer, dass es dieses Problem gibt in Afrika, aber es war nie so präsent und vor allem dachte man nicht, dass das so viele Mädchen betrifft. Ja, und es war interessant zu sehen, dass irgendwie der halbe Kontinent eigentlich damit zu tun hat und dass es halt ein viel größeres Problem ist, als wir alle denken. Und ich finde es auch gut, dass was Miriam da macht, dass das zeigt, dass man irgendwie auch mit kleinen Sachen schon was Gutes tun kann und ja, irgendwo muss es halt beginnen und ja, das finde ich gut. Das Projekt finde ich an sich ganz interessant. Man kann es mal ausprobieren, so ist es nicht, aber ja, wir müssen mal gucken, ob es funktioniert oder nicht. Und was meinst du, könnte funktionieren oder nicht funktionieren? Wo siehst du da den Haken? Ja, dass sich nicht alle an die Regeln halten und so, ja, dass dann nicht alle irgendwie die Flaschen da in die Tonne reintun. Da habe ich meine Zweifel, aber ich würde sagen, die 90 Prozent machen das schon. Ich finde das Projekt ist eine super Sache. Ich habe das gar nicht mitbekommen davon, dass da überhaupt was gemacht wurde, aber ich würde mich da auch mit einbringen, wenn das irgendwie angeboten wird. Bis heute wusste ich nicht mal, dass bei Frauen sowas gemacht wird. Und so finde ich das Projekt eigentlich ganz gut, wenn es ein Mensch wäre. In Deutschland gehen 25.000 Frauen bis 30.000 Frauen, die in Deutschland getroffen sind. Und so haben wir die Kinder, die Leichen, die da oben sind. Und so machen wir die Kinder, die in Deutschland getroffen sind. Und so gehen wir die Kinder, die in Deutschland getroffen sind. Vielen Dank.